Dieses Risikounternehmen Deutsche Bahn wollen wir jetzt mit unserem von Volker Lösch vor Jahren in Stuttgart eingeführten Schwabenstreich an die Verantwortung erinnern. Das ist etwas, was regelmäßig stattfindet und wir zählen den immer ein von 10 runter bis 0 und dann machen wir eine Minute lang so viel Krach, wie wir nur können. Das ist unser Schwabenstreich und ich beginne jetzt damit. Und ihr könnt mitzählen. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. So, vielen Dank. Wir hoffen, dass es im wenigsten ein paar Ohren gibt, die das gehört haben.